Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Aber so habe ich nicht angefangen, sondern ich habe angefangen vor vielen, vielen Jahren als junger Student an der Universität Münster, verzweifelt, herausrennend aus einem Hörsaal, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, wie dort drinnen Betriebswirtschaftslehre vermittelt wurde. Ich habe mich dann zurückgezogen und mich gefragt, wie kann ich zunächst mir das Lernen erleichtern. Und ich habe Antworten gefunden, unter anderem in diesem Buch hier. Dieses Buch ist geschrieben von Frederik Fester und heißt Denken, Lernen, Vergessen. Und dies ist ein Buch, ein dünnes Buch, ein dünnes Buch, das es aber in sich hat, denn Frederik Fester, der inzwischen leider verstorben ist, schreibt in diesem Buch von seinen empirischen, also lebens- und praxisbezogenen Forschungsergebnissen. Und ein Buch lesen und ein Buch umsetzen sind noch einmal zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe in den letzten über 20 Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, die Erkenntnisse aus diesem Buch umzusetzen. Ich nenne diesen Bereich meiner Methode Lernbiologie. Das heißt, es geht um die biologischen Abläufe im Gehirn, in unserem Gedächtnis. Wie lernt es? Wie kann es Informationen abrufen? Und das ist eines der Elemente meiner Methode. Wenn Sie das interessiert, dann gehen Sie doch einfach mal zu spaßlerndenk.de Und wenn Sie da schon sind, dann tragen Sie sich doch bitte unten ein für den Abschluss, den Sie gerne machen möchten nach meiner Methode. Sehr schnell und leicht. Und Sie erhalten weitere Informationen. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.